Glaubst du an Zufälle? Ganz ehrlich, ich persönlich überhaupt nicht. Wir haben uns in den letzten Tagen kennengelernt, wahrscheinlich wegen diesem Fläschchen, oder aber du hast meine Freundin Maxi kennengelernt oder irgendeinen unserer ölverrückten Freunde, weil du wahrscheinlich den Geruch der Zitrone oder irgendetwas von uns bekommen hast. Es ist total cool, dass du hier gelandet bist, denn wir informieren seit vielen Jahren ganz viele Menschen rund um die ätherischen Öle und was viel wichtiger ist, über den Nutzen, den die ätherischen Öle uns auf den unterschiedlichsten Ebenen bringen können. Die Öle sind sowas wie ein Jungbrunnen, wie ein Muntermacher, wie einfach ein Lebensverbesserer und genau das wollen wir dir erklären, dir erläutern und dich ermutigen, die Öle in dein Leben zu holen. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt hier unten auf der Seite dir vorab erstmal unser kostenloses Lifestyle-Magazin anfordern, wo wir dir so einen tieferen Einblick in die Welt der ätherischen Öle geben. Und gleichzeitig siehst du noch zwei, drei Erklärvideos zu den Ölen, zu den Hintergründen, wie man sie bestellen kann. Und dann wünsche ich dir, dass du Lust hast und ein bisschen Mut hast, dir die Öle in dein Leben zu holen, sie nicht nur theoretisch sozusagen kennenzulernen, sondern richtig in deine Lebenspraxis holen, sie auszuprobieren und wirklich das zu erleben, was wir auch zu erleben. Wenn du Fragen hast, setz dich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf dich.